Let's read the swing to the fucking people! Und wenn ihr möchtet, könnt ihr das einfach rauslassen. Ich weiß, ihr sitzt und es ist ein Jazz-Konzert, aber vielleicht könnt ihr einfach so ein bisschen mit dem Fuß auf den Boden wippen oder leicht mit eurer Hüfte hin und her auf dem Stuhl wippen. Bisschen Oberkörper dazu bewegen oder mit den Armen wild umher jazzen. Wenn ihr gar nicht mehr könnt, dann ruft ihr ganz laut Yeah! Oder Jazz oder... Leverkusen, seid ihr bereit für eine Runde heftigen Über-Jazz? Leverkusen, seid ihr wirklich bereit für eine Runde heftigen Über-Jazz? Alright, zählen wir mal zusammen ein. One, two, one, two, one. Ja! 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 Leverkusen, seid ihr bereit für noch eine Runde heftigen Über-Jazz? Unglaublich, da seid ihr! Dann geht's jetzt weiter. Anzieh der Zimmermann, meine Damen und Herren. Anzieh der Zimmermann, meine Damen und Herren. Die Zimmermann, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren. Hallo? Leverkusen, seid ihr bereit für eine letzte Runde heftigen Über-Jazz? All right, geht's euch gut? Ja, okay. One, two. One, two, one, three, go! Two, two, one, three, go! One, two, one, three, go! One, two, one, three, go! Untertitelung. BR 2018